Halli hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DPO so ich will euch heute noch mal den was will ich euch denn zeigen den Gunner nee nicht den Gunner den 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 Hunter dieses dieses Schrotflinten Dingen so ich wollte jetzt noch mal alle Klassen einmal durchgehen und dann denke ich mal war es das auch mit dem Let's Play Forest das war es schon da war ich ein zu aggro direkt am Anfang ach du scheiße ach du scheiße von wem hab ich denn da schon wieder eine kassiert zack 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 zwei auf Max Hells muss reichen zack 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 was ich auch gerne noch mal machen wird es einer äh Destroyer vielleicht mit echte diesem mit der hat's mir aber gegeben ey Hells Regen so 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 jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber Jetzt regnet es hier, Level-Ups. Jetzt regnet es, Level-Ups. Scheiße, aber ich kann nicht gucken, was muss ich denn jetzt genau machen für den Hunter? Ich glaube, da gehe ich über den Sniper auch. Geh weg, geh weg. Bullet-Speed, Reload. Gehen wir auf alles nochmal was. Mit einer Kugel schon weg, ne? Das ist so heftig viel. Da muss ich doch noch ein bisschen auf Max-Hells gehen, sonst sieht das hier wieder ganz schnell ganz schlecht aus. Eigentlich brauche ich auch noch Movement-Speed. Aber erstmal ein bisschen Max-Hells. Oder scheiße, ich gehe diesmal wieder auf Movement-Speed. Habe ich jetzt sogar zwei Punkte auf Max-Hells. Wahrscheinlich bereue ich das. Wahrscheinlich hätte ich da wieder mehr gebraucht. Oder mache ich das über den Flankguard? Über den Sniper, ne? Bin ich mir... Da meine ich sogar relativ sicher. Damit warten wir aber noch. Bullet-Speed, Bullet-Penetration. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Nein! Ich glaube, ich werde den wieder sehr ausgeglichen machen auf Speed. Ich mache einfach ein bisschen alles und habe ich das Gefühl, komme ich echt immer am weitesten damit. Ja gut, Body-Damage werde ich nicht machen. Warum schießt der nicht? Bei mir soll es recht sein. Machen wir nochmal ein bisschen extra Beschleunigung hier. Oh nein, ich will wieder von so einem Twin zerlegt werden. Das würde mir jetzt gar nicht gefallen. Oh! Nein, 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 nein! Oh, danke. Kommen wir neben den Sniper? Zack, zack, zack. Bam, hab ich ihn erwischt. Am Arsch ist Duster, Mr. Duster. Soooo. Hm? Hm? Vor dem habe ich doch ein bisschen Angst gehabt jetzt. 17.000, der ist schon so dick geskillt. Da machen wir nicht viel. Ah, ich hätte doch erst noch beim Standardpanzer bleiben sollen. 18.000, der macht sich doch ein bisschen besser. Nein, lasst mich alle in Ruhe, lasst mich alle in Ruhe, ich will erstmal hier einen vernünftigen Panzer kriegen. Wenn ich den habe, dann können wir uns hier auch betteln. HP Regeneration, ich pfeife ein bisschen, sind meine Allergien im Moment machen wir wieder gut zu schaffen. Der chillt ja immer noch hier rum. 20.000, der ist erstmal noch ein bisschen zu hart. Schade, der wurde mir geklaut. Mach noch ein bisschen Max Cells, zack, den hole ich mir, den hole ich mir auch, den kriegen wir auch noch hin, oder? Na komm schon, na komm schon. Ach, leck mich doch, dass mir jetzt zu anstrengt. Das ist keine Lust, den hier stundenlang zu verfolgen. Nicht mit dem Sniper. Hier sind noch so ein paar dicke, die nehmen wir doch mit. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Sind viele, das ist gut. Kein Gegner. Ich kann hier erstmal noch ganz entspannt rumgrasen. Da ist noch einer. Der Sniper ist echt nicht cool, nicht cool. Vielleicht später, wenn man ihn so voll aufgemaxt hat, dann okay, vielleicht reißt du dann was, aber... Erstmal so, nicht so sehr. So, noch anderthalb Level, dann haben wir den Gunner, äh Hunter, was rede ich denn jetzt von Gunner? Jetzt sind wir mit 30er ausgemaxt, dann können wir mal gucken, dass wir ein bisschen auf Player Jagd gehen. So, ach, wie süß. Wollte er mich hier angreifen? Das muss aber ja wohl ein Versehen gewesen sein, haha. Ach, was mit dem? Ah, jetzt habe ich zu wenig Feuerkraft, da komme ich einfach nicht durch die Kugelschilde durch. Ah, da, guck mal, den nehmen wir doch mit. Dann haben wir es auch schon fast so weit. Zack, hier die Katzi. Zack, zack, zack. So, jetzt können wir ihn nehmen, den Hunter. Okay, die Kugeln sind ja sowieso schon sauschnell. Zack. Müssen wir nur noch ein bisschen zielen können, dann wäre das Ganze schon viel entspannter. Mir fehlt so ein bisschen Musik bei dem Spiel. Ich könnte auch selber was hinterlegen, aber gut, da müsste ich erstmal was raussuchen, was GEMA-frei ist. Das ist schon wieder nicht so einfach. Ach, zack. Und die Kugeln echt schnell sind, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt werde ich hier zerlegt von so einem Zwerg oder was? Ach du Scheiße. Jetzt habe ich mich mal richtig doof angestellt. schon einen Meter davor und trifft trotzdem nicht. Zack. Ah. Ich habe noch nicht ein Level abgemacht, seitdem ich hier mal aufgestiegen bin. Ach komm, die Kleinen, der würde lohnen. Oh. Oh. Komm, 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 noch einer, noch ein Treffer, noch ein Treffer. Ja. Ja. Boah, das gab richtig dick Levels. Puh. Ah, die Schwäche vom Destroyer, ne? Das... So ein One-on-One-Battle finde ich den auch echt nicht gut. Also da hätte er viel, äh, viel aggressiver rangehen müssen. Auf Distanz, äh, ist da ja kaum was zu machen. Zack, voll erwischt. Jetzt wird mir das hier zu bunt. Ich habe mich wieder kaum noch leben. Ich stelle mich hier wieder ein bisschen doof an. Jetzt... Ich cruise erstmal ein bisschen rum und teile mich. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich... 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 Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, alles klar. Ich wollte euch auch nur mal den Hunter zeigen. Äh, leider diesmal nicht bis 45 gekommen. Äh, ich glaube fürs Ranking hat es trotzdem gereicht. Äh, hab ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Solange ich auf Scoreboard war, äh, bin ich auch zufrieden mit allem. Äh, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal da wieder dabei, wenn es heißt Let's Play, äh, DPO. Das war's. Ciao, ciao.